Herzlich Willkommen! Nach der Semester-, ja, vorlesungsfreien Zeit quasi nach der Pause starten wir wieder mit Mensa Go Science heute zum 44. Mal. Ich begrüße Prof. Dr. Bernd Uhlmann von der Hochschule für Ökonomie und Management am Standort Frankfurt am Main und dort hat er einen Herstuhl für Wirtschaftsinformatik und ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Analogcomputer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Er stammt aus Neu-Ulm, hat an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz Mathe studiert und dort in seiner Diplomarbeit über Kryptographie, Zahlentheorie und Pseudo-Zufallsgeneratoren eine Diplomarbeit geschrieben. In seiner Promotion hat er sich dann schon mit Analogrechnern beschäftigt, vielleicht auch davor schon, weiß ich nicht, uns vielleicht erzählen genau und da dann eben auch von der wissenschaftlichen Seite her. Dazu wird er uns heute etwas erzählen und dann würde ich direkt das Wort übergeben und bin sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank für die Einleitung und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Analogrechner beschäftigen mich schon ewig, eigentlich seit ich 14 Jahre alt bin. Das fing seinerzeit an mit einem kleinen Artikel in der ELO. Das war eine deutsche Elektronikzeitschrift für Bastler und in diesem Artikel wurde vorgestellt, wie man mit damals sehr, sehr einfachen Operationsverstärkern Mathematik machen konnte. Diese Idee des Rechnens mit einem Analogon, wovon sich der Name ja letztlich auch ableitet, hat mich seitdem nie wieder losgelassen und im Lauf meines Lebens habe ich das quasi aus einer immer professionelleren Warte betrachtet, das Thema. Entsprechend ist das Thema heute analog und hybrid rechnen, Hybrid Computing. Die Folien sind auch englisch, aber ich denke, das wird niemanden abschrecken. Und bevor man sich überhaupt der Frage widmet, was ist eigentlich ein Analogrechner, sollte man sich natürlich überlegen, warum lohnt es sich, sich dieser Frage zuzuwenden. Und einer der Haupttreiber dafür, weswegen Analogrechner genauso wie Quantencomputer in den letzten Jahren wieder stärker in den Fokus gerückt sind, ist die Tatsache, dass wir bei unseren klassischen Digitalrechnern, die man eigentlich der Genauigkeit halber als speicherprogrammierte Digitalrechner bezeichnen sollte, langsam an physikalische Grenzen stößt. Das heißt, das, was wir als Computer bezeichnen, ein speicherprogrammierter Digitalrechner, skaliert nicht mehr sehr gut. Die Skalierung war extrem beeindruckend von den 40ern bis in die 2000er, aber seitdem ist es doch deutlich langsamer vorangegangen. Zugegebenermaßen Moore's Law hält immer noch irgendwie, aber auch da ist absehbar, dass es nicht mehr ewig hält und hinsichtlich Energieeffizienz und anderer Punkte lassen Digitalrechner solches Startprogramm, Digital Computer, doch stark zu wünschen übrig. Eines der Hauptprobleme, eine der Hauptherausforderungen, die man in dem Zusammenhang hat, ist der schlichte Energiebedarf. Je nachdem, wenn man fragt, benötigt unsere kollektive IT-Infrastruktur weltweit einen in der Regel zweistelligen Prozentsatz der gesamten weltweiten elektrischen Energie. Das ist mehr als beeindruckend und, wenn man ehrlich ist, das skaliert mich wirklich gut. Das nächste Problem ist, Clockfrequenzen haben in letzter Zeit keine wirkliche Steigerung erlebt. Ich habe, das erzähle ich meinen Studenten immer, was dann immer für etwas Schmunzeln sorgt. Ich habe hier noch ein Notebook aus dem Jahr 2000, also auch schon fast eine Antiquität. Und das Interessante ist, das Notebook hat eine Taktfrequenz von 3 Gigahertz. Zugegebenermaßen kann das nicht mit meinem aktuellen Notebook mithalten, das allerdings auch nur etwa mit 3 Gigahertz getaktet ist. Der Leistungszuwachs ist allerdings weniger der Taktfrequenz geschuldet als eben strukturellen Änderungen, das heißt Änderungen in der Prozessorarchitektur und natürlich auch der Implementation. Nichtsdestotrotz, sehr viel höhere Taktfrequenzen werden wir voraussichtlich nicht erleben. Zugegebenermaßen hat IBM PowerPC-Prozessoren mit bis zu etwas über 6 Gigahertz mal vorgestellt gehabt. Aber das Problem bei Taktfrequenzen ist, dass von der Taktfrequenz ganz maßgeblich der Energiebedarf abhängt. Und dazu kommt noch, dass die Elektronenmobilität irgendwo auch mal ihre Grenzen findet. Ein weiteres Problem ist, sehr viel kleiner können wir unsere integrierten Schaltelemente nicht mehr machen. Das heißt, die Integrationsdichte wird nicht mehr substanziell steigen. IBM hat vor mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Monaten ihren ersten Prototypen eines 2-Nanometer-Prozessors vorgestellt, wobei 2 Nanometer eher eine Werbeaussage sind, als wirklich einen direkten Rückschluss auf die Strukturgrößen auf so einem Chip zulassen. Das fing so ab 65 Nanometer an, ein bisschen schwierig zu werden, zu unterscheiden zwischen wirklicher physikalischer Strukturgröße und einer Managementzahl. Aber nichtsdestotrotz, ob das jetzt zwei oder drei Nanometer sind, das ist einfach wirklich verblüffend klein. Nur am Ende des Tages, man muss halt seine Bauelemente mit Atomen bauen und kleiner als ein Atom wird es nicht. Und wenn man einen Isolator braucht, braucht man in der Regel ein paar Lagen eines Isolatormaterials, da einem sonst der Tunneleffekt das Leben wirklich vermiesen kann. Das heißt, wir werden auch nicht mehr so große Zuwächse erleben, was Transistorfunktionen auf einem Chip angeht. Apples M1 mit 57 Milliarden Transistoren auf einem Chip ist schon extrem beeindruckend. Und zugegebenermaßen, es gibt natürlich auch Firmen, die Full-Wafer-Scale-Integration beherrschen. Cerebras, die bauen zum Beispiel einen Spezialprozessor für KI-Applikationen. Der Chip ist wirklich etwa so groß wie ein DIN A4-Blatt und ist ein einziger integrierter Schaltkreis mit über 100.000 CPUs. Allerdings auch mit, wenn ich mich recht entsinne, 12 Kilowatt Anschlussleistung. Das heißt, bei einer Core-Spannung von etwas unter einem Volt reden wir da von 15.000 Ampere, die man erstmal zu diesem Chip bringen muss und von 15 kW abwärme, die man irgendwie wieder loswerden muss. Das heißt, auch das skaliert nicht wirklich gut. Wer selber mal Parallelrechner programmiert hat, also massiv parallele Systeme, weiß, Parallelismus ist schwer. Das ist nichts, was einem quasi geschenkt wird. There's no such thing like a free lunch. Das ist nirgends so wahr wie in der Informatik. Und wenn man ein Problem hat, ist der Ansatz, dann werfe ich halt zehnmal mehr CPUs auf das Problem, dann wird es schon zehnmal schneller laufen. In der Regel von vornherein zum Scheitern verurteilt. Warum das so ist, das beschreibt unter anderem Amdahls Law. Da geht es darum, wie der asymptotische leider Geschwindigkeitszuwachs aussieht, den man bekommt, wenn man ein Problem versucht, auf viele, viele Prozessoren zu verteilen. Das liegt zum ersten daran, dass jedes oder fast jedes Programm bestimmte Programmabschnitte hat, die prinzipiell nicht parallelisierbar sind. Das heißt, selbst wenn man den ganzen Rest durch Parallelisierung los wird, die Laufzeit wird trotzdem nicht unter die Laufzeit fallen, die man braucht, um diese zwangsläufig seriellen Programmteile abzuarbeiten. Und dazu kommen dann noch Probleme mit Memory-Zugriffszeiten. Wenn ich Shared-Memory-Systeme habe, wenn ich NUMA-Systeme habe, Non-Uniform Memory Access, wird das Problem noch deutlich komplexer und natürlich Netzwerklatenzen. Wenn man sehr große Rechner hat, sowas wie in Rheinland-Pfalz zum Beispiel Mogun 2, was im Vergleich zu sowas wie Summit in Oak Ridge oder Fugaku am Rieken Center in Japan schon wieder eine kleine Anlage ist, aber dann braucht man natürlich irgendein Netzwerk-Interconnect. Mit anderen Worten, es dauert einfach Zeit, um Daten zwischen verschiedenen Prozessorsystemen auszutauschen in einem solchen Parallelrechner. Und wenn man dann noch einen Blick auf einen solchen Chip, auf einen Prozessor-Chip wirft, dann fällt einem auf, dass das eigentlich, auch wenn das ein bisschen plakativ ist, irgendwie pervers ist. Wir verwenden nur einen winzig kleinen Bruchteil der auf einem Chip verwendeten Transistorfunktionen wirklich für rechnen. Die überwiegende Mehrheit aller Transistorfunktionen hat eigentlich nur was damit zu tun, Daten zwischenzuspeichern, das heißt Cache-Strukturen zu implementieren, beziehungsweise den Ablauf der eigentlichen Rechenoperationen zu steuern. Das ist, tja, irgendwie suboptimal. Es skaliert nicht gut. Wenn man an einen Supercomputer denkt, denkt man vermutlich und auch zu Recht an sowas hier. Eine große Halle mit einer Riesenmaschine drin, was zugegebenermaßen extrem cool ist, aber halt auch extrem teuer, extrem energieaufwendig, extrem schwierig zu programmieren und keine Lösung für alle Probleme, die man im Computing-Bereich so hat. Richtig bitter wird es, wenn man sich sowas anguckt, das sind keine Installateursweltmeisterschaften, das sind die Vorbereitungen für die Installation eines solchen Supercomputers. Das ist die Verrohrung für die Wasserkühlung einer solchen Maschine. Und wenn man sich überlegt, was ein Digitalrechner macht, jetzt mal außer Rechnen, in erster Linie macht er warm. Der verwandelt Strom in Wärme. Und diese Abwärme muss abgeführt werden. Und wenn ich Millionen von Cores auf relativ kleinem Raum unterbringe, dann habe ich ein wirklich großes Problem. Ich muss einige Megawatt an Abwärme mit geeigneten Kühlmitteln abführen. Luftkühlung kann man dann fast schon vergessen. Das heißt, in der Regel endet man bei Wasserkühlung. Und andere Kühlmethoden bieten sich zwar an, skalieren aber wieder nicht sehr gut, weil sie einfach viel zu komplex sind. Wer ein bisschen in die Historie schaut und sich an Maschinen von Seymour Cray erinnert, der Großmeister des Supercomputings, der erinnert sich, dass seine Cray I zum Beispiel schon mit Freon gekühlt wurde, wobei das Freon noch sogenannte Cold Bars durchlief, in die dann Kupferplatten eingesteckt wurden, auf die die eigentlichen Printed Circuit Boards montiert waren. Bei der Cray II war das Abnahmeproblem schon so groß geworden, dass Seymour Cray zu Liquid Immersion Cooling greifen musste. Das heißt, die Maschine war eigentlich so eine Art Aquarium, das mit Freonen gefüllt war. Und in diesem Aquarium waren die ganzen Platinen angeordnet. Das heißt, die schwammen quasi im flüssigen Freon. Und ganz im Ernst, das skaliert natürlich nicht gut. Das ist ein wartungstechnischer Albtraum. Und auf die Spitze getrieben hatte das seinerzeit Kontrolldata, was der Firma unter anderem auch das Genick gebrochen hatte mit der ETA 10G. Die Maschine wurde mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Das ist zwar technisch alles unglaublich cool, aber auch unglaublich unpraktikabel. Das heißt, es skaliert einfach nicht gut. Wenn man sich mal anguckt, woher resultiert eigentlich der immense Energieverbrauch, den unsere klassischen Digitalrechner haben, muss man sagen, zum großen Teil aus der Tatsache, dass sie eben Digitalwerte repräsentieren. Das heißt, dass wir Werte als Bitfolgen darstellen. Wenn man sich eine typische komplementäre Ausgangsstufe anschaut, hier ist eine abgebildet, das ist in dem Fall ein Inverter. Wenn meine Eingangsspannung High-Pegel hat, dann schaltet der untere Transistor durch, dann ist die Ausgangsspannung Low. Wenn das Eingangssignal Low ist, dann schaltet der obere Transistor durch, dann ist mein Ausgangssignal High. An sich extrem simpel. Das Problem an der Geschichte ist zum einen, wir müssen sehr, sehr häufig schalten bei unseren Taktfrequenzen. Wenn wir uns einen modernen Prozessor angucken, der Rechner, vor dem ich gerade sitze, der hat einen Intel i7 mit 4,2 Gigahertz Taktfrequenz. Das sind unter 250 Pikosekunden für einen Clockcycle. Das ist schon schier unvorstellbar. Das heißt aber, dass Sie manche Transistoren ein paar Milliarden Mal pro Sekunde zwischen, naja, an und aus, hin und her schalten müssen. Und das machen Sie halt nicht mit einem Transistorpärchen, sondern das machen Sie mit Millionen und Abermillionen von Transistorpärchen. Jeder dieser Schaltvorgänger hat aber zur Folge, dass Sie einen unvermeidlichen, wenn gleich ungewollten, parasitären kleinen Lastkondensator umladen müssen, dieses CL hier. Unsere Ausgangsstufe ist natürlich mit Eingängen weiterer Gatter verknüpft auf dem integrierten Schaltkreis. Das geschieht letztlich mit einer Art Leiterbahn auf dem Chip, zum Beispiel aufgedampfte Metallisierungsebenen. Die muss ich natürlich isolieren gegeneinander. Sobald ich aber, naja, leitende Objekte habe, die gegeneinander isoliert sind, bekomme ich Kondensatoren. Die sind und bleiben unvermeidlich. Nun sind die klein, zugegeben. Aber ich schalte halt auch sehr, sehr häufig. Selbst ein sehr kleiner Kondensator sieht bei ein paar Gigahertz aus wie ein Kurzschluss. Und wenn ich davon halt Millionen von und Abermillionen solcher parasitären Kondensatoren habe, dann ist das einer der Haupttreiber für den Energiebedarf eines Digitalrechners. Dazu kommen dann noch so ein paar andere Probleme, zum Beispiel, dass im Moment des Schaltens selber ganz, ganz kurz, einige Picosekunden lang beide Transistoren leiten. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, kann ich nicht dafür sorgen, dass die nicht beide gleichzeitig schalten. Ja, im Prinzip schon durch entsprechendes Biasing, aber dann kann ich meine Clockfrequenz halt auch nicht mehr halten. Der langen Redekurzer Sinn ist, im Großen und Ganzen skaliert die Leistungsaufnahme eines solchen Digitalrechners super linear mit der Taktfrequenz. Und ein bisschen hemmsärmelig betrachtet, eigentlich quadratisch. Das heißt, ganz grob verdoppeln sie die Taktfrequenz und sie brauchen viermal so viel Energie. Das heißt, mein 4,2 Gigahertz, was ich immer noch sehr beeindruckend finde, Prozessor in meinem Desktop-Rechner hier, würde ich den mit 8,4 takten, also angenommen, ich könnte das überhaupt, dann hätte der halt die vierfache Leistungsaufnahme. Und das ist einfach mit Luftkühlung nicht mehr wegzubringen und auch nicht mehr praktikabel. Die Abbildung hier ist auch sehr plakativ, bringt aber das Thema auf den Punkt. Wenn man sich mal die Leistungsdichte anschaut, dann sind wir in Bereiche vorgedrungen mit unserer Technik, die wirklich extrem schwierig zu handhaben sind. Man muss sich immer vor Augen halten, die Abwärme bei einem modernen Prozessor wird ja auf ein paar Quadratzentimetern frei. Wenn man sich so einen Dye anschaut, das heißt, so ein kleines Stückchen Silizium-Einkristall mit den entsprechenden Gatterfunktionen für meinen Prozessor drauf, das sind vielleicht zwei oder drei Quadratzentimeter. Und eine moderne CPU aus dem Serverbereich hat eine TDEP, eine Thermal Design Power von locker 250 Watt. Und 250 Watt von der Fläche von wenigen Quadratzentimetern abzuführen, das ist beileibe nicht mehr trivial. Wenn wir uns einen solchen Dye mal anschauen und grob identifizieren, was für Einheiten wir drauf haben, hier ist ein auch nicht mehr so ganz aktuelles Bild eines Intel Sandy Bridge Chips, dann sehen wir in der Mitte dominierend einen riesigen Bereich, das ist der Level 3 Cache. Das ist nur ein schneller Zwischenspeicher für die acht Cores, die auf diesem Chip untergebracht sind. Das heißt aber, dieser ganze mittlere Bereich hat überhaupt nichts mit dem Rechnen zu tun. Dann haben wir acht Cores, die um diesen Level 3 Cache angeordnet sind und jeder dieser Cores selber hat nochmal einen Second- und einen First-Level Cache, der letzte ist noch dazu in den Instruction Data Cache unterteilt, weil das intern schon lange keine von Neumann, sondern eine Harvard-Maschine ist, aber das führt alles zu weit hier. Das heißt aber, diese Bereiche, den Level 1 und den Level 2 Cache, die tragen auch nichts zum eigentlichen Rechnen bei. Der ganze untere Teil ist verbraucht, genauso wie der obere Teil, ich brauche irgendwie Interfaces zu meinem RAM, ich brauche Interfaces zu dem Bus-System, das heißt, auch das hat nichts mit dem Rechnen zu tun. Und würde man jetzt weiter reinzoomen in einen solchen Core, dann stellt man fest, dass ein solcher Rechenkern, ein Core ist letztlich eine Central Processing Unit, dass ein solcher Kern, wenn es hochkommt, vielleicht mal drei oder fünf sogenannte Alus hat. Eine Alu ist eine Arithmetic Logic Unit. Das heißt, eine Alu ist die Einheit, die wirklich mal rechnen kann. Das heißt, aber der ganze Rest auf diesem Chip ist nur dafür da, Daten zur Alu zu bringen und Ergebnisse von der Alu abzuholen. Das ist eigentlich nur demokratischer Overhead. Das, was hier rechnet, ist vernachlässigbar von der reinen Chipfläche. Und das wird besonders deutlich, wenn wir uns hier mal eine Strukturabbildung eines solchen Prozessors anschauen. Und das, was hier rechnet, sind diese drei Alus. Ich habe eine Alu hier, eine Alu hier und eine Alu dort. Die sind noch dazu zum Teil relativ stark spezialisiert. Dann habe ich noch zwei Loads und eine Store-Pipeline und solche Sachen. Der ganze Rest sind Caches, sind Pre-Decoders, eine Instruction Queue, Decoders, ein Cache für Micro-Operations. Ich brauche unglaublich komplexe Ablauflogik. Ich muss Register Renaming machen. Ich muss Branch Prediction machen. Ich muss Speculative Execution machen. Was alles nichts mit dem eigentlichen Problem, nämlich löse irgendeine Aufgabe zu tun hat, sondern wirklich nur dafür dient, versorge die Alus mit den jeweils richtigen Daten und den jeweils richtigen Instruktionen. Das ist zugegebenermaßen cool. Die Idee ist brillant. Ich meine, sie funktioniert seit den 1940er Jahren ganz hervorragend. Und wir wissen, solche digitalen Turing vollständig. Das heißt, ich kann im Prinzip alles damit berechnen, was ich überhaupt berechnen kann. Nichtsdestotrotz, ein Blick in die Naturzeit überhaupt nichts in der Natur arbeitet so und zwar aus naheliegendem Grund. Nichts in der Natur kann es sich erlauben, derartigen Raubbau mit Ressourcen zu treiben, wie wir das momentan mit Digitalrechnern machen. Ich meine jetzt mit Ressourcen, Gatter, Transistorfunktionen, Chipfläche, sowas in der Art. Wenn wir uns mal ein paar Zahlen anschauen, wird das vielleicht noch deutlicher. Der gegenwärtig, wobei es auch schon wieder ein paar Wochen her ist, dass ich in die Top 500-Liste geguckt habe. Ich weiß gar nicht, wann die nächste rauskommt, aber ich glaube erst im Juni. Gegenwärtig schnellste Supercomputer der Welt ist Fugaku American Center for Computational Science in Japan. Der hat 442 Petaflops an Rechenleistung. Dazu muss man wissen, wie misst man Rechenleistung? Und die Antwort ist nicht gut. Benchmarks, wie man sowas nennt, sind immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Das ist so wie die Frage, wie schnell fährt ein Auto? Wo? Auf einer idealen Straße oder auf einer realen Straße? Mit dem Gewicht des Fahrers oder mit einem punktförmigen Fahrer im Vakuum? Irgendwie alles Quatsch, solche Zahlen. Und das ist bei Computern noch viel schwieriger, als bei einem Auto festzulegen. Ein Flop ist eine Floating Point Operation. Das Blöde ist, keiner hat gesagt, was für eine. Ist das eine Addition? Das geht schnell. Ist das eine Multiplikation? Geht schon nicht mehr so schnell. Ist das eine Division oder eine Quadratwurzel? Geht schon gar nicht mehr schnell. Oder ist das gar was Trigonometrisches? Geht überhaupt nicht schnell. Aber es gibt Benchmarks und in der Regel nutzt man zum Beispiel einen sogenannten Linpack Benchmark, der unhandlich große gleichungslineare Gleichungssysteme löst und normiert quasi mit diesem Benchmark die Aussagen über die Rechenleistung von Computern. 442,01 Petaflops, was heißt das? Ein Gigaflop hieße, ich kann eine Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde machen. Ein Teraflop wären schon 10 hoch 12, das heißt eine Billion Rechenoperationen und ein Petaflop sind 10 hoch 15, eine Billiarde Rechenoperationen. Das heißt, 442 Petaflops sind 4,42 mal 10 hoch 17 Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist schlicht unvorstellbar, wie viel das ist. Allerdings, there is no such thing like a free lunch. Ich brauche dafür 7,6 Millionen Cores, die muss man erst mal programmieren und das ganze System hat eine Leistungsaufnahme von etwa 30 Megawatt. Bei Städteplanung rechnet man, wenn ich nicht allzu sehr irre, zwischen 1,5 und 2 kW pro Haushalt, das heißt, beziehungsweise pro Einwohner, da haben Sie eine ziemlich beachtliche Kleinstadt, die Sie mit dieser Energiemenge auch betreiben könnten. Und wenn man sich anschaut, wie energieeffizient ist das System, stellt man fest, man schafft etwa 14 Gigaflops pro Watt. Das heißt, ein Watt elektrischer Energie liefert mir 14 Milliarden Gleitkomma-Operationen. Das kann man noch ein bisschen steigern, aber viel Luft ist da im Moment nicht mehr. Es gibt parallel zur Top-500-Liste auch die Green-500-Liste und der dortige Spitzenreiter schafft 17 Gigaflops pro Watt. Auch nicht so viel besser. Verglichen mit einem biologischen System, einem menschlichen Gehirn, stehen diese technischen Systeme aber ziemlich schlecht da. Menschliches Gehirn leistet etwa 38 Petaflops. Stellt sich die Frage, wie zum Teufel misst man das? Auch wieder sehr grob. Man überlegt sich, wie viele Flops brauche ich, um das, was ein Neuron an Computational Loads erledigt, zu simulieren. Und dann skaliert man das hoch auf die Anzahl der Neuronen und Interconnections, die man in einem typischen menschlichen Gehirn hat und kommt halt auf so eine Zahl wie 38 Petaflops. Das Interessante sind aber weniger die 38 Petaflops als die 25 Watt. Denn ich meine, so ein Gehirn, das hat nicht sehr viel Energie, die es bekommt. Egal, ob Sie jetzt wie ich Vegetarier sind oder nicht, aus Nahrung kriegen Sie halt ein paar Watt raus. Das ist nicht viel. Und Ihr Gehirn ist noch dazu eigentlich der größte Energieverbraucher in Ihrem Körper, wenn Sie nicht gerade Spitzensportler sind oder sowas. Das heißt, die Natur musste sich ein paar Tricks einfallen lassen, um 38 Petaflops mit 25 Watt auf die Beine zu stellen. Und diese Tricks, das sind genau die Überlegungen, die man auch einem Analogrechner zugrunde legt. Das heißt, jetzt kann man sich mal anschauen, was ist eigentlich ein Analogrechner und wie passt er zu den restlichen Rechnern, die man so kennt. Speicherprogrammierte Digitalrechner, darüber habe ich jetzt lang genug geredet. Es gibt noch mindestens zwei andere Klassen von Computern, wobei die Frage ist, die ich im Moment selber nicht so genau beantworten kann, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Auf der einen Seite haben wir Quantencomputer, die noch dazu in Quantum-Gate-Computer und adiabatische Quantencomputer unterteilt werden. Und auf der anderen Seite haben wir das, was mich fasziniert, nämlich Analogrechner. Und wichtig ist, dass niemand aus der Quantencomputerwelt und auch niemand aus der Analogcomputerwelt plant, Digitalrechner abzulösen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, unseren klassischen, speicherprogrammierten Digitalrechnern, Koprozessoren zur Seite zu stellen und bestimmte Klassen von Problemen sehr viel schneller und energieeffizienter oder überhaupt, je nachdem, wie ihr Problem aussieht, zu lösen, was der Digitalrechner so nicht könnte. Das heißt, was ist jetzt eigentlich ein Analogrechner? Erstmal, ein Analogrechner hat einige Vorteile, Nachteile auch, auf die komme ich gleich, gegenüber einem klassischen Digitalrechner. Er ist zum Beispiel in der Regel sehr viel energieeffizienter. Und es ist nicht unüblich, Energieeffizienzen zu sehen, die im Faktor 100, 1000, teilweise sogar über 1000 besser sind als das, was ein Digitalrechner zu leisten imstande ist. Der erste große Unterschied ist, dass man in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen, Werte innerhalb einer Berechnung nicht als Bitfolgen darstellt, sondern zum Beispiel als Spannungen oder Ströme. Kurze Fußnote, falls das in den Vortrag überhaupt geht, es gibt sogar digitale Analogrechner, die rechnen auch mit binär repräsentierten Werten, aber nicht algorithmisch. Aber das geht viel zu weit, das wäre der Inhalt für einen weiteren Vortrag. Diese Maschinen nennt man Digital Differential Analysers. Die haben auch ihre Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, hier nur als kurze Randbemerkung. Das heißt aber, die Analogrechner, um die es hier geht, die repräsentieren Werte als kontinuierliche Spannungen oder Ströme. Das ist natürlich charmant. Wenn ich nicht ständig solche Treppenfunktionen habe, die zwischen 0 und 1 hin und her schalten müssen, dann muss ich nicht dauernd Kondensatoren schlagartig aufladen oder entladen. Das ist der erste Schritt in Richtung höhere Energieeffizienz. Dazu kommt, dass ein Analogrechner nicht algorithmisch programmiert wird. Das, was wir bei einem Computer eigentlich für gegeben halten, wir haben einen Computer, der hat eine fixe Struktur und wir haben ein Programm, das liegt im Speicher von Neumann-Architektur oder Harvard-Architektur und die Maschine führt die einzelnen Instruktionen dieses Programms in der sequentiellen Abfolge aus. Das gilt nicht für einen Analogrechner. Ein Analogrechner hat idealerweise gar keinen Speicher und das ist kein Verlust, das ist nur diesen Vorteil, weil Speicher sind langsam, in erster Linie sind Hauptspeicher irrsinnig langsam, weswegen man bei Digitalrechnern ja auch diesen Stunt mit den Caches macht. Das heißt, ich programmiere einen Analogrechner ganz anders, als ich einen Digitalrechner programmiere. Beim Analogrechner habe ich wirklich eigentlich 100 Prozent meiner Elektronik, um Rechenelemente zu implementieren. Ich habe so gut wie keine Ablaufsteuerung, ich habe keinen Speicher, ich habe keine Caches, ich habe keine Register, ich habe nichts von all dem, was ein Digitalrechner komplex und extrem schwierig zu implementieren macht bei einem Analogrechner. Bleibt die Frage, wie programmiere ich den? Wir werden nachher auch ein paar klassische und ein paar praktische Beispiele sehen. Ich programmiere einen Analogrechner, indem ich die Rechenelemente, von denen man dann dutzende, hunderte, tausende, vielleicht in der Zukunft sogar Millionen haben wird, miteinander verschalte. Das heißt, strukturell gesehen ist ein Analogrechner gar nicht unähnlich zu einem biologischen neuronalen Netz. Ich habe ganz viele Neuronen, die sind irrsinnig dicht miteinander verknüpft und arbeiten ansonsten unabhängig voneinander. Ich habe keinen zentralen Speicher, mein Gehirn arbeitet kein Programm ab. Mein Gehirn ist einfach eine sehr spezialisierte Schaltung aus sehr vielen Neuronen. Und genau das ist die Idee eines Analogrechners, zumindest der Analogrechner, um die es hier geht. Das heißt aber, die Probleme, die bei Digitalrechnern durch Amdahls Gesetz beschrieben werden, dass mein Speedup bei Parallelisierung in der Regel asymptotisch ist, das hat ein Analogrechner einfach gar nicht. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, wie gut ein Analogrechner skaliert mit der Problemgröße. Und dazu kommt natürlich noch, wenn mein Analogrechner Werte als Spannungen oder Ströme darstellt, dann passt er natürlich perfekt in die Realität. Das, was wir hier gerade machen, ist ja schon irgendwo pervers. Ich sitze vor einem Digitalrechner und spreche und wir haben eine Kamera. Aber das, was Mikrofon und Kamera aufnehmen, muss nach einer Verstärkung erstmal relativ mühsam digital konvertiert werden mit einem ADC, einem Analog-Digital-Converter, dann wenden wir erstaunlich viel Mathematik drauf an, Fourier-Transformationen oder Wave-Flat-Transformationen. Das brauchen wir, um zu filtern, um die Datenrate klein zu kriegen. Das wird im Paket im Netzwerkpäckchen verpackt. Ein riesen Heckmeck, bis das auf Ihren Rechnern ankommt, wo das Ganze rückwärts abgewickelt werden muss. Eigentlich irre. Wäre das nicht viel schlauer? Die Antwort ist ja. Wenn wir zumindest die Datenvorverarbeitung, Edge-Computing, wenn man so möchte, vielleicht direkt analog machen würden. Und wie gesagt, nochmal, ein Analog-Rechner, das Ziel ist nicht, einen Digitalrechner abzulösen. Analog-Rechner ist zwar Turing-vollständig. Es gibt sogar Wissenschaftler, die der Meinung sind, ein Analog-Rechner wäre mehr als Turing-vollständig. Allerdings muss ich sagen, kann ich mich der Beweisführung nicht anschließen. Ich persönlich bin der Meinung, dass da ein paar Annahmen drin sind, die so nicht zu halten sind. Aber er ist auf jeden Fall Turing-vollständig. Trotzdem ist er kein General-Purpose-Computer. Klar, ich meine, ohne Memory, was wollen Sie da General-Purpose machen? Textverarbeitung und Analog-Rechner geht halt einfach nicht. Ein Analog-Rechner besteht also aus vielen, vielen, vielen Rechenelementen, Computing-Elements genannt. Die Grundoperationen wie zum Beispiel, summiere was oder, und das ist das wirklich Coole, das ist das, wo die Magie herkommt in einem Analog-Rechner. Integriere etwas, berechne ein Zeitintegral. Das ist für einen Analog-Rechner eine Grundoperation. Wer das mal numerisch auf dem Digital-Rechner gemacht hat, weiß, wenn man das gut machen möchte, ist das überhaupt nicht mehr trivial, wenn man es in lauter kleine Schritte zerlegen muss. Und diese Rechenelemente, die verschalte ich jetzt auf geeignete Art und Weise miteinander und das ist mein Programm. Das heißt, abstrakt betrachtet, wie gesagt, es kommen noch Beispiele dafür, abstrakt betrachtet ist ein Analog-Rechner-Programm ein gerichteter Graph. Ich habe Knoten, das sind Rechenelemente und ich habe Kanten, das sind Verbindungen zwischen Rechenelementen. Und das Schöne ist, die Rechenelemente arbeiten natürlich zu 100% parallel. Hier sind zwei klassische Abbildungen aus einem Buch von Truitt. Die mag ich sehr gerne, weil sie genau diese Punkte auf den Punkt-toller-Satz bringen. Nämlich, wie sieht ein Digital-Rechner strukturell verglichen mit einem Analog-Rechner aus? Und dazu kommt natürlich noch, dass die so schön nostalgisch sind. Der Digital-Rechner hier hat eine ALU, wir sind heute mit drei bis fünf ALUs pro Core auch nicht so viel weiter, hat ein Large Memory und hat ein Large Auxiliary Storage, das heißt ein Festplatten-Subsystem oder sonst was heutzutage. Aber es wird deutlich, alle Daten müssen irgendwie über das Festplatten-Subsystem in den Hauptspeicher, vom Hauptspeicher über X-Caches und sonstige Zwischeneinheiten in Richtung arithmetisch-logische Einheit und dann irgendwie wieder zurück. Das heißt, wir haben hier ein ganz zentrales Bottleneck. Wir haben sehr wenige arithmetisch-logische Einheiten. Ein Analog-Rechner auf der anderen Seite besteht eigentlich nur aus Recheneinheiten. Ich habe so gut wie keine Steuerung. Ein bisschen Steuerung brauche ich. Ich muss das Ding wenigstens mal rechnen lassen. Ich muss es anhalten lassen und ich muss in der Lage sein, es auf einen Startwert zu setzen. Aber ohne Witz, damit hat sich schon alles erklärt, was ein Analog-Rechner an Ablaufsteuerung benötigt. Das heißt, ich kann meine gesamte Elektronik verwenden, um Rechenelemente zu implementieren und die verschalte ich dann in diesem Fall durch diese Cats-Cradle hier dargestellt, so miteinander, dass sie ein Modell für das zu lösende Problem darstellen. Das heißt, die Grundidee ist, ich baue mir ein elektronisches Modell für ein mathematisch beschriebenes Problem, ein Analog-Rechner. Deswegen heißt ein Analog-Rechner analog. Der heißt nicht analog, weil er mit Spannungen oder Strömen rechnet. Das ist zwar meistens der Fall, aber es gibt eben auch digital arbeitende Analog-Rechner, die sich dann auch dadurch auszeichnen, dass sie halt viele, viele Rechenelemente haben, die miteinander verschaltet sind und die kommunizieren halt jetzt über Bit-Folgen zum Beispiel. Das sind sogenannte Digital Differential Analysers. Das, was den Analog-Rechner zum Analog-Rechner macht, ist die Modellbildung, das Analog-Rechner. There's no such thing like a free lunch. Zum dritten Mal heute und das gilt natürlich auch für Analog-Rechner. Ein Analog-Rechner hat durchaus seine Nachteile. Der erste Nachteil ist, wobei der interessanterweise in der Praxis gar nicht so schwerwiegend ist, wie man denken sollte, dass die Rechengenauigkeit relativ beschränkt ist. Man hat drei bis vier Dezimalstellen-Genauigkeit, die man mit einem Analog-Rechner hinbekommt. Wenn man sich allerdings überlegt, wofür braucht man eigentlich solche Dinge wie Double Precision Floats mit 16 Dezimalstellen-Nachkomma-Anteil, dann stellt man fest, zum großen Teil brauche ich solche hochgenauen Gleitkomma-Formate eigentlich nur, weil ich numerische Algorithmen auf meinem Digitalrechner mache. Das heißt, eigentlich bräuchte ich die gar nicht. Wenn ich mir viele klassische Probleme anschaue aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, Life Sciences oder sonst was, oftmals habe ich die Parameter gar nicht mit einer höheren Genauigkeit als drei bis vier Dezimalstellen. Also ich persönlich habe in den letzten Jahren relativ viel mit Simulationen in der Biochemie zu tun gehabt und da ist man meistens schon froh, wenn man überhaupt drei signifikante Ziffern bei irgendwelchen Parametern von der Differenzialgleichung hat, die man irgendwo an einem lebendigen System gemessen hat. Das heißt, in der Praxis zeigt sich, dass das meistens, nicht immer, aber meistens gar kein so großes Problem ist, dass ich nur drei bis vier Dezimalstellen-Genauigkeit habe bei einem Analog-Rechner. Wenn es ein Problem ist, dann kann man sich immer noch überlegen und darauf wird es natürlich auch hinauslaufen, wenn ich so einen Analog-Rechner mit einem Digital-Rechner kople, kann ich nicht mit dem Analog-Rechner wenigstens sehr schnell und sehr energieeffizient mich an eine gute Lösung, wenn man so möchte, ranraten, die ich danach mit einem numerischen Verfahren auf dem Digital-Rechner verfeinere. Also ich meine, wenn jemand wirklich partout 16 Nachkommastellen-Genauigkeit braucht, dann kann ich mit einem Analog-Rechner mindestens mal einen sehr, sehr guten Startwert produzieren, von dem aus ich dann mit einem klassischen numerischen Verfahren entsprechende Genauigkeit generieren kann. So, ein Analog-Rechner, das führt auch ein bisschen weit, kann leider nur hinsichtlich der Zeit integrieren. Das ist ein bisschen blöde, wenn wir es mit sogenannten partiellen Differentialgleichungen zu tun haben, was aber nicht heißt, dass es nicht geht. Es geht nur nicht so schrecklich elegant, wie man sich wünschen würde. Und ein Analog-Rechner tut sich richtig schwer damit, beliebige Funktionen zu implementieren. Wenn man bei einem Analog-Rechner für irgendeine Problemlösung, zum Beispiel mal ein Sinus-Omega-T oder sowas braucht, den würde man erzeugen, indem man eine Differentialgleichung löst, die diese Funktion als Lösung hat. Das würde man auf dem Digital-Rechner eigentlich nie machen. Wer würde den Hack-Mac machen, eine Differentialgleichung zu lösen, nur um eine Hilfsfunktion zu kriegen, um eine andere Differentialgleichung zu lösen. Beim Analog-Rechner ist das ein ganz normales und auch sehr vernünftiges Vorgehen, weil, wie wir gleich sehen werden, ein Analog-Rechner perfekt dazu geeignet ist, Differentialgleichungen zu lösen. Wenn ich aber Funktionen habe, die ich nicht als Lösung einer Differentialgleichung bekomme, sondern zum Beispiel Funktionen, die ich aus Experimenten abgeleitet habe, das heißt, ich habe Stützstellen und interpoliere irgendwie schlau zwischen meinen Stützstellen, dann hat ein Analog-Rechner ein echtes Problem. Das geht zwar auch, aber der technische Aufwand steigt sehr, sehr schnell. Und auch das ist ein Punkt, wo die Kopplung mit einem Digital-Rechner sehr, sehr hilfreich sein kann. Und als letzten Nachteil eines Analog-Rechners, das auch naheliegend, wenn ich schon meine Variablenwerte als Ströme oder Spannungen darstelle, dann habe ich natürlich nur ein festes Intervall. Meine Spannung kann nicht größer als ein maximaler Spannungswert und nicht kleiner als ein minimaler Spannungswert werden. Das heißt, ich muss meine Gleichungen so skalieren, dass alle beteiligten Variablen nicht aus diesem zulässigen Wertebereich rauskommen. Das klingt jetzt aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts ziemlich krude. Ich meine, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir Gleitkommazahlen haben und in der Regel, was ein Riesenfehler ist, verschwendet kaum einer einen Gedanken dran, was er denn eigentlich mit seinen Gleitkommazahlen gerade macht. Das heißt, man denkt gar nicht großartig darüber nach, welche Größenordnungen habe ich hier eigentlich, was zu ziemlich bitteren Problemen führen kann. Das aber nur als Randbemerkung. Interessanterweise ist das aber gar nicht so schlimm, vor allem nicht für die Applikationen für die Analog-Rechner wirklich hervorragend geeignet. Das heißt, auch hier der langen Rede, kurzer Sinn, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die Probleme sind nicht so schlimm, wie sie aussehen würden. Und verglichen mit einem Quantencomputer sind das Peanuts-Probleme. Wenn man sich allein mal anschaut, wie kompliziert es ist, zum Beispiel auf so einer D-Wave-Maschine überhaupt irgendein Problem zu lösen, dann kommen einem diese Einschränkungen eines Analogrechners wirklich wie Peanuts vor. Der Analogrechner alleine war klassisch ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler unserer technischen Zivilisationsgeschichte. Heutzutage ist das in der Regel nicht mehr sehr interessant. Das heißt, heutzutage denkt man natürlicherweise in der Regel daran, Analogrechner mit Digitalrechnern zu koppeln. Das heißt, der Analogrechner wird so eine Art Co-Prozessor für den Digitalrechner und dann spricht man von einem Hybridrechner. Das heißt, die Idee ist, ich will das Beste aus beiden Welten. Ich will zum Beispiel vom Digitalrechner die Möglichkeit, dass er Memory hat. Der Digitalrechner könnte zum Beispiel Funktionen, solche durch Experiment hergeleiteten Funktionen für einen Analogrechner darstellen, indem er Tabellen-Lookups macht. Der Digitalrechner kann den Analogrechner auch steuern, wenn ich zum Beispiel Optimierungsaufgaben löse. Ich mache sowas wie Steepest, Gradient, Descent oder sonst was. Da kann der Digitalrechner den Analogrechner irrsinnig schnell ein bisschen rechnen lassen, hält ihn an und guckt, geht das in die richtige Richtung. Wenn ja, lässt er weiterrechnen. Wenn nein, lässt er den Analogrechner an einer anderen Stelle wieder aufsetzen. Das erfordert allerdings, dass wir, und das ist ein Haufen Arbeit, der noch zu tun ist, dass wir Software haben dafür. Wie wir gleich sehen werden, die Programmierung eines Analogrechners hat überhaupt nichts mit der Programmierung eines Digitalrechners zu tun. Auf den ersten Blick ist das vollkommen absurd, einen Analogrechner zu programmieren. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, fällt einem auf, das wirklich Absurde ist eigentlich unser algorithmischer Ansatz. Wenn man sich daran gewöhnt hat, stellt man wirklich fest, ein Analogrechner ist etwa eine Größenordnung einfacher zu programmieren als ein Digitalrechner, weil ich habe ja schon die mathematischen Grundoperationen und vor allem die Integration als Grundoperationen, die ich brauche, um Probleme zu lösen. Aber auch das führt hierfür erst mal zu weit. Wofür braucht man oder kann man sowas brauchen? Analogrechnen ist definitiv eine disruptive Technologie. Das Erste, was einem in den Sinn kommt und das, was mir, wenn ich ehrlich bin, auch am nächsten liegt, ist erst mal High-Performance-Computing. Wenn man sich anschaut, wofür brauche ich Supercomputer? Das sind in der Regel Probleme, die durch Differenzialgleichungen beziehungsweise partielle Differenzialgleichungen beschrieben werden. CFD, Computational Fluid Dynamics, Simulationen dynamischer Systeme, Molekül-Simulationen, was auch immer. Im High-Performance-Computing-Bereich ist der Analogrechner wirklich ideal angeordnet, weil es die perfekte Maschine ist, um Differenzialgleichungen zu lösen. Dann Artificial Intelligence. Ich habe den Vergleich ja selber gebracht. Strukturell ist ein Analogrechner nicht so weit weg von einem neuronalen Netz. Das heißt, eigentlich wäre es doch eine naheliegende Idee. Und IBM hat das vor ein paar Wochen auch publiziert. Die haben zum Beispiel einen analogen Co-Prozessor vorgestellt für neuronale Netze. Die Firma Mythic AI in den USA entwickelt analoge Co-Prozessoren. Die nennen das In-Memory Computing und implementieren ihre synaptischen Gewichte als Flash-Speicherzellen, was ziemlich cool ist. Das heißt, das ist ein Riesenanwendungsgebiet für Analogrechner. Alles, was in Richtung künstliche neuronale Netze geht, schreit danach, implementiere mich analog. Dann medizinische Applikationen. Die Energieeffizienz eines Analogrechners ist unschlagbar, vor allem, wenn ich nicht sehr hohe Rechenleistungen brauche. Wenn ich, und ich meine, das ist bei biomedizinischen Applikationen in der Regel der Fall, selbst wenn ich ein Herz- oder Hirnschrittmacher habe, da sind wir im Bereich von ein paar Hertz oder ein paar hundert Hertz an Bandbreite, die ich brauche. Das erlaubt zumindest perspektivisch die Entwicklung von zum Beispiel Implantaten, die so energieeffizient sind, dass sie überhaupt keine externe Energiesource brauchen, sondern sich mit Energy Harvesting direkt aus dem Trägerkörper versorgen können. Dann industrielle Steuerungssysteme. Das war bis in die 70er, 80er Jahre alles analog. Dann wurde es digital, weil das zugegebenermaßen seinerzeit deutlich flexibler gewesen ist. Heutzutage zeigt sich, dass man sich damit zum Teil massive Sicherheitslücken eingehandelt hat. Also man möchte gar nicht im Detail wissen, wie manche doch recht kritische Infrastrukturkomponente aufgestellt ist, was Angreifbarkeit zum Beispiel angeht. Und wenn ich einen Analogrechner betrachte, den ich vielleicht ein einziges Mal konfiguriere und diese Konfiguration dann festhalte, wie auch immer man das dann technisch macht, das ist halt so klassisch nicht hackbar. Ich habe keinen Speicher, ich habe keinen Algorithmus, ich habe keine Buffer-Overflow-Attacke, ich habe keinen Trampolining. All diese klassischen Angriffsvektoren fallen weg. Dann, auch das hatte ich schon erwähnt, Signal-Pre- und Post-Processing für mobile Geräte zum Beispiel oder auch hier für Videokonferenzen oder Ähnliches. Triggerworterkennung, daran arbeiten auch Firmen, zum Beispiel für Next Generation, Alexas und Ähnliches. Wenn Sie eine Alexa haben, ich persönlich habe keine, dafür bin ich denn doch ein bisschen zu paranoid, was Datensicherheit und Ähnliches angeht. Aber wenn Sie eine haben, die arme Alexa muss ja ständig lauschen, hat hier jemand Alexa gesagt. Und digital ist das ein verdammt energieintensiver Prozess. Klar, Familie war also absolut nicht viel, nur Sie haben halt auch sehr, sehr viele Alexas da draußen rumstehen. Und es gibt Ansätze, diese Triggerworterkennung analog zu machen. Das heißt, einen analogen Co-Prozessor zu haben, der nur eine Sache kann, die aber irrsinnig energieeffizient, nämlich erkenne, dass jemand Alexa gesagt hat. Monte Carlo-Simulationen sind auch perfekt geeignet für Analogrechner. Das heißt, in der Finanzmathematik wimmelt es von potenziellen Anwendungen, Optimierungsaufgaben lassen sich damit lösen. Also im Prinzip, die Grenzen sind die Fantasie, wo man Analogrechner einsetzen kann. Schauen wir mal uns ein paar Bilder klassischer Analogrechner an. Das ist so mein persönlicher heiliger Gral, was man hier sieht. Das ist die Analogrechner-Installation von Bölko. Bölko war in den Jahren vor Mitte der 70er etwa einer der führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen in Deutschland. Und was man hier sieht, Stand 1960, ist ein Flugsimulator bei Bölko. Und bevor man jetzt lacht, das tut mir mit der Seele weh, wenn die Leute lachen zum Beispiel über Haha, mein Handy hat so viel mehr Speicher als der Apollo Guidance-Computer oder Haha, guck mal die ganzen Kabel hier. Man muss überlegen, das ist jetzt 62 Jahre her. Und das war ein richtiger Flugsimulator. Das heißt, im Nebengebäude, im Nebenraum, stand ein Flugzeugcockpit auf so einem hydraulischen Hexapod. Das heißt, ich hatte wirklich ein Cockpit auf einer Plattform, wie man das von den Flugsimulatoren von Lufthansa und anderen kennt, mit dem ich richtige Flüge unternehmen konnte. Und über den hydraulischen Hexapod sind dann sogar entsprechende G-Kräfte simuliert worden, sodass sie wirklich ein Fluggefühl bekamen. Und das stand 1960, komplett mit Analogrechner. Allerdings sieht man hier nicht nur die Eigenschaften eines Analogrechners, sondern man sieht auch die Nachteile, die zum Teil zum rapiden Aussterben von Analogrechnern Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre geführt haben. Die Programmierung hier ist, also mir macht es Spaß, aber da braucht man auch eine Neigung dazu, so zu programmieren. Die meisten Leute finden das einfach nur abschreckend. Und man braucht eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranzschwelle, um das lustig zu finden. Am Ende haben sie wirklich ein paar tausend Kabel auf einem solchen Patchpanel, die die entsprechenden Rechenelemente miteinander verbinden. Das ist klar, das ist Museum. Darum geht es nicht im 21. Jahrhundert. Wir müssen von genau dieser Form der Programmierung weg. Und daran arbeiten mittlerweile auch schon einige Arbeitsgruppen. Man sieht aber noch was anderes Interessantes. Das ist nicht ein Analogrechner. Das sind alleine drei große Analogrechner, Telefunken RA800 übrigens. Hier auf dem Tisch stehen nochmal fünf kleine Tischrechner, Telefunken RAT700. Daneben stehen nochmal zwei kleine amerikanische Rechner, EI-TR-10. Und das wirklich Interessante ist, all diese Computer zusammen bilden ein System. Dadurch, dass ich keinen Speicher habe, ich habe keine Central Processing Unit, ich habe einfach ein paar 19 Zoll Schränke voll mit Rechenelementen. Wenn mein Rechner nicht groß genug ist, dann stelle ich halt noch einen daneben und habe mehr Rechenelemente. Das ist zugleich Fluch und Segen, aber ein interessanter Punkt. Wenn Sie einen Digitalrechner betrachten, dann haben Sie eigentlich immer die Möglichkeit, Komplexität gegen Zeit zu tauschen. Wenn Ihr Problem schwieriger wird, dann brauchen Sie einfach länger, um das Problem zu lösen. Bis hin zu Hitchhiker's Guide to the Galaxy mit Deep Ford, der dann zwei Millionen Jahre drüber nachgedacht hat, bevor er 42 geantwortet hat. Das heißt, ein Digitalrechner kann im Prinzip alles lösen, solange Sie genügend Speicher und genügend Zeit haben und genügend Energie und bla bla bla. Aber prinzipiell können Sie immer Komplexität gegen Zeit tauschen. Das kann ein Analogrechner nicht. Wenn Ihr Problem zu kompliziert wird, das heißt so kompliziert, dass Sie mehr Rechenelemente brauchen, als Sie zur Verfügung haben in Ihrem Analogrechner, dann geht es halt gar nicht. Sie können das Problem dann nicht lösen. Das heißt, wenn Sie einen Analogrechner haben, dann muss der Analogrechner immer mindestens so groß sein, wie das Problem, das Sie lösen wollen. Das heißt, wenn Ihr Problem komplex ist, simulieren Sie mal ein Flugzeug, dann enden Sie am Ende bei drei großen, fünf kleinen, zwei ziemlich kleinen Analogrechnern und eigentlich einem Riesenraum voll mit Elektronik. Das ist aber auch cool. Warum? Während Ihr digitaler Rechner in der Regel, wenn man von Ausnahmen wie Hash-Funktion und bla bla absieht, in der Regel langsamer wird, wenn Ihr Problem komplexer wird, Ihr Analogrechner hat immer in derselben Zeit die Lösung. Das ist cool. Das heißt, wenn der Analogrechner mit dem Problem mitwachsen kann, liefert er immer in derselben Zeit eine Lösung für dieses Problem. Das heißt, wir haben bei einem Analogrechner eine Skalierung mit etwa O von 1. Das heißt, ein komplexeres Problem heißt nicht, es dauert länger. Das heißt, nur meine Maschine wird komplexer. Das war früher natürlich, nein, im wahrsten Sinne des Wortes unhandlich. Perspektivisch, wenn wir solche Computer auf integrierten Schaltungen haben, Gott, da habe ich halt zwei Chips oder von mir aus zehn oder einen Schrank voll mit diesen Chips, aber ich habe kein Problem, Maschinen zu bauen, die tausende oder vielleicht sogar Millionen von Rechenelementen beinhalten. Hier sehen wir eine andere, ziemlich beeindruckende Hybrid-Simulationsanlage von VW aus den 70er Jahren. VW war einer der ersten Autohersteller, die ein Simulationssystem für komplette Fahrzeuge hatten. Auch da hatten sie so eine hydraulische Plattform, auf der eine Fahrzeugkarosserie montiert war, in der sie quasi eine simulierte Fahrt durchführen konnten, wobei ihnen dann noch durch Projektoren ein entsprechender Fahreindruck verschafft worden ist. Und diese Simulationen waren wirklich unglaublich präzise, also bis hin zum Motorkennlinienfeld, wie verhält sich das Getriebe beim Schalten und, und, und. Sie konnten wirklich das Fahrzeug so weit mithilfe der Simulation optimieren, bis sie einen Prototypen bauen konnten, der eigentlich schon fast ohne Macken gewesen ist. Wie schon erwähnt, Analogrechner sind bedauerlicherweise so Mitte der 70er, ab Mitte der 70er bis etwa Mitte der 80er ausgestorben. Warum? Mehrere Gründe. Das ist so ein typisches Beispiel für einen Paradigmenwechsel, wie ihn Thomas S. Kuhn in die Strukturwissenschaftliche Revolution beschrieben hat. Das erste Problem war, die meisten Protagonisten des Analogrechnens waren etwa gleich alt. Warum? Elektronische Analogrechner kamen während des Zweiten Weltkrieges auf. Das heißt, die meisten Lehrstuhlinhaber, die meisten Ingenieure in Firmen waren Ende der 70er in dem Alter, wo sie in Rente gingen. Und wie das häufig so ist, gerade im akademischen Bereich, Nachfolger machen verständlicherweise alles andere als ihre Vorgänger. Das heißt, das war ein Problem, das Analogrechner hatten. Das zweite Problem war, Digitalrechner sind sehr schnell sehr billig geworden. Das haben die Hersteller von Analogrechnern verpasst. Gerade in den USA hatten sich Hersteller von Analogrechnern wie Electronic Associates Incorporated darauf verlassen, dass dieser Riesenhype, von dem sie gelebt hatten, nämlich Mondlandeprojekt und vorher Gemini und vorher Mercury-Projekt, dass das immer so weitergehen würde. Die NASA war ein unerschöpflicher Topf an Entwicklungsmitteln für solche riesigen Analogrechnersysteme. Dass es so nicht kam, wissen wir alle. Dazu kam noch, wechseln Sie mal von einem Programm zum nächsten. Also ich meine mal ganz im Ernst. Wenn Sie da ein ganz anderes Programm draufbringen wollen, das macht keinen Spaß. Da sind Sie locker einen Tag, zwei, drei beschäftigt, bis das läuft. Das ist nicht praktikabel. Zugegebenermaßen hat man damals schon versucht, das ein bisschen praktikabler zu machen, indem diese ganzen Patchfelder komplett rausgenommen werden können. Das heißt, Ihre Programmbibliothek war wirklich einen Schrank voll mit Patchfeldern, die mit so einem Kabelsalat versehen waren. Das ging noch relativ flott. Was nicht mehr flott ging, war, stellen Sie mal diese Zehngang-Potentiometer per Hand auf drei Nachkommastellen ein. Da sind Sie schon viele, viele Stunden beschäftigt. Und das machen Sie dann bei vielen, vielen Rechnern. Das ist nicht praktikabel. Timesharing können Sie komplett vergessen. Das heißt, es ist nachvollziehbar, warum Analogrechner seinerzeit von der Bühne verschwanden. Heutzutage sehen die Sachen ein bisschen anders aus, wie Sie später sehen werden, wenn wir in Richtung, wie geht das auf integrierten Schaltkreisen schauen. Schauen wir uns mal an, woraus ein Analogrechner besteht. Das einfachste Rechenelement ist ein sogenanntes Koeffizientenglied. Das ist ein Spannungsteiler, sprich ein Potentiometer. Dargestellt wird das in einem Analogrechnerprogramm durch einen Kringel. Ich habe hier eine Variable, die kommt rein, x. Und das Potentiometer steht zum Beispiel auf 0,5 und hinten kommt dann 0,5 mal x raus. Das heißt, damit kann ich einen konstanten, multiplikativen Faktor zwischen 0 und 1 einstellen. Davon brauchen Sie irrsinnig viele. Also, wie man an diesem Bild hier gesehen hat, Hunderte. Pro Panel sind das 50 Potentiometer. Das heißt, das hier sind allein 300. Mit denen der kleinen Rechner, die haben jeweils nochmal 20, sind das 400. In Summe dürften das mit dem ganzen Rest hier locker 500 Potentiometer sein, die Sie brauchen für einen Flugsimulator. Dann das nächste Element ist ein Summierer. Der wird als Dreieck dargestellt. Wer schon mal das Schaltzeichen für einen Operationsverstärker gesehen hat, wird ahnen, warum. Der beruht auf einem Operationsverstärker. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Operationsverstärker Operationsverstärker heißen, weil Sie damit klassisch mathematische Operationen implementieren. Daher leitet sich der Name ab. So ein Summierer summiert Eingangsspannungen, die noch mit einem optionalen Inputgewicht versehen werden können und liefert die Summe am Ausgang. Dass sich das Vorzeichen hier ändert, ist eine Technikalität. Kann man ignorieren. Das wird auf einem Chip nicht mehr notwendig sein. Bei klassischen Analogrechnen ist das aufgrund der Implementation so. Dann gibt es, und das ist das coolste Rechenelement überhaupt, wenn Sie mich fragen, einen Integrierer. Der sieht fast so aus vom Symbol wie der Summierer. Der hat auch hier Eingänge. Kenntlich ist er durch diese rechteckige Box und die hat noch einen zusätzlichen Eingang. Das ist die Integrationsinitial Condition. Das ist das Plus C bei der Integration. Das heißt, das, was hier anliegt, da wird nicht drüber integriert sein, das ist der Startwert, bei dem der Integrierer beginnt, mit seiner Rechnung. Hier sieht man mal ein Integrierer-Modul. Ich kann Ihnen auch mal kurz, ups, hier genau dieses Modul zeigen oder so ein Modul. So sieht sowas aus. Das hat vier Integrierer und für jeden Integrierer kann ich einen sogenannten Zeitskalierungsfaktor einstellen. Der legt letztlich fest, wie schnell rechnet der Integrierer. Und so sieht das aus, wenn man sich mal die Implementationen anschaut. Und der zentrale Punkt sind natürlich hier diese vier mal vier Kondensatoren. Das sind die eigentlichen Integrationskondensatoren. Die Integration wird abgebildet, indem man über eine gesteuerte Stromquelle einen Kondensator auflädt. Und Sie sehen, der Aufwand hält sich sehr in Grenzen. Also, dass das Ding so unhandlich ist, liegt daran, dass ich hier vorne halt viele Buchsen brauche. Aber wenn ich das nicht mehr brauche und darum geht es in den nächsten Monaten und Jahren, dass man von diesen Patchfeldern loskommt, dann ist der eigentliche Integrierer wirklich extrem einfach und vor allem extrem klein implementierbar. Dann gibt es noch Multiplizierer. Das ist übrigens interessant, wenn Sie elektronisch integrieren wollen, das ist, haben Sie gesehen, vergleichsweise trivial. Ein Operationsverstärker, ein paar Widerstände und ein Kondensator und voila, Sie können integrieren. Wenn Sie noch Ablaufsteuerung brauchen, noch ein paar elektronische Schalter, aber jetzt alles kein Hexenwerk. Das Interessante ist, versuchen Sie mal zu multiplizieren. Das ist eine Komplettkatastrophe. Das ist richtig kompliziert, elektronisch zu multiplizieren. Dann gibt es noch andere Sachen, wie offene Verstärker, aber das führt alles zu weit für das, was wir heute hier besprechen können. Hier sehen Sie mal exemplarisch solche Module. Hier zum Beispiel ein Modul, das hat acht Multiplizierer. Hier ist eins, das hat zwei Recheneinheiten, die können multiplizieren, dividieren oder eine Wurzel ziehen. Oder hier sind vier Komparatoren, mit denen kann man zum Beispiel eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, wenn ich eine Luft- und Raumfahrtsimulation habe, so eine Entscheidung wie Treibstoff alle, Staging initiieren oder sonst irgendetwas. Und es gibt eine sehr simple Control Unit, denn so ein Analogrechner, ich hatte es schon erwähnt, hat eigentlich gar keine Ablauflogik. Ein ganz klein wenig hat er natürlich schon. Vorhin hatte ich es erwähnt, der Integrierer hat eine Initial Condition. Das ist der erste Betriebszustand eines solchen Analogrechners. Nimm die Initial Condition an. Der nächste Betriebszustand wäre Rechne und dann habe ich noch einen Betriebszustand Halte an. Das heißt, behalte den letzten Wert, damit ich ihn zum Beispiel mit einem Digitalrechner auslesen kann. Und heutzutage braucht man natürlich irgendeine Möglichkeit, das zu koppeln mit einem Digitalrechner. Das heißt, wir brauchen einen Hybrid Controller. Hier sieht man mal die Implementation eines solchen Hybrid Controllers. Sie sehen, hier ist ein kleiner Arduino als Herzstück. Der kümmert sich um die Kommunikation mit dem Host-System, mit dem Digitalrechner über den USB-Port. Der ganze Rest ist dann analog auf den Karten. Hier sind zum Beispiel vier Digital Potentiometer. Das heißt, das sind Potentiometer, die ich für solche Koeffizienten verwenden kann, aber durch den Digitalrechner einstellen kann, was extrem cool ist, wenn ich zum Beispiel Parameter verändern möchte, während der Rechner rechnet oder zwischen zwei Rechen durchläuft. Heutzutage gibt es eigentlich außer Museumsstücken nur entweder hier so einen modularen Model-One-Analogrechner oder, und das mag ich wirklich gerne, vor allem, weil ich auch meine Nase stark da drin hatte in der Entwicklung, The Analog Thing. Das ist ein sehr, sehr kleiner, preiswerter Analogrechner, der für Lehr- und Ausbildungszwecke gedacht ist. Der kann jetzt hinsichtlich Präzision natürlich nicht mit einer klassischen Maschine von Telefunken mithalten. Der bringt bestenfalls drei Nachkommastellen an Genauigkeit. Aber man kann damit schon substanziell komplexe Probleme lösen. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, auch der hat quasi ein klassisches Patchpanel. Hier oben habe ich zum Beispiel fünf Integrierer, unten drunter habe ich vier Summierer, dann habe ich vier Vorzeichen-Inverter, ich habe noch zwei Multiplizierer, zwei Komparatoren, und ich habe acht Koeffizienten-Potentiometer, mit denen ich meine Rechnung parametrisieren kann. Das heißt, das ist schon ein richtiger, kleiner Analogrechner. Man sieht, der ist kleiner als ein DIN A4-Blatt und er ist komplex genug, dass man damit wirklich interessante und sogar auch forschungsrelevante Probleme implementieren kann. Schauen wir uns mal an, wie man einen Analogrechner programmiert. Im Prinzip ist das irrsinnig einfach. Der Teufel steckt, wie bei jeder Programmierung, natürlich mitunter etwas im Detail. Ich setze mal voraus, dass Sie eine Idee haben, was eine Differenzialgleichung ist. Falls nicht, ist das nicht schlimm. Dann sind die nächsten fünf Minuten vielleicht ein bisschen seltsam. Wenn ich ein dynamisches System beschreibe, und das sind letztlich Systeme, die interessant sind, das heißt Systeme, die in der Zeit sich fortentwickeln, dann muss ich beschreiben, wie verändern sich eigentlich die verschiedenen Konstituenten des Systems. Ganz klassisches Beispiel, Luchs und Hase-Beispiel aus der Ökologie, ich habe eine Insel mit Nasenpopulation und Luchsen. Die Luchse fressen die Hasen weg. Das heißt, ich frage mich, wie ändert sich die Hasenpopulation durch das Weggefangenwerden durch die Luchse. Dadurch können sich die Luchse aber besser vermehren, weil sie mehr Nahrung haben. Das heißt, ich frage mich, wie ändert sich die Luchspopulation? Ich frage mich also immer, wie ändern sich eigentlich die Bestandteile meines Systems? Oder wenn man eine Pandemiesimulation sich anschaut, so ein SEIR-Modell, so ein Susceptible Exposed, Infected, Recovered-Modell, da geht es genau um dieselbe Frage. Wie ändert sich denn die Menge der Personen, die susceptible sind, dadurch, dass sie zum Beispiel mit einer infizierten Person zusammentreffen und damit eine Exposed-Person werden? Wie ändert sich die Menge der Exposed-Personen dadurch, dass sie krank werden? Wie ändert sich die Menge der erkrankten Personen dadurch, dass sie entweder gesunden oder versterben? Ich frage mich also immer, wie ändern sich die einzelnen Variablen in meinem dynamischen System? Und das beschreibt man mathematisch durch Differenzialgleichung. Und hier oben sehen wir eine Differenzialgleichung. Wer Differenzialgleichung kennt, sieht sofort, aha, harmonischer Oszillator, aber wer die nicht kennt, sieht erst mal Y-Punkt-Punkt. Und das ist so eine typische Ingenieurs-Schreibweise für zweite Ableitung nach der Zeit. Y-Punkt-Punkt plus Omega-Quadrat Y ist 0. Und ich vereinfache das mal ganz massiv, indem ich nur schreibe, Y-Punkt-Punkt ist gleich minus Y. Und ich lasse mal das Omega-Quadrat raus und ich löse es gleich nach Y-Punkt-Punkt auf. Was bedeutet das? Die Frage, die sich bei so einer Differenzialgleichung stellt, ist, welche Funktion Y erfüllt diese Gleichung? Hier geht es also nicht um die simple Frage in der Schule, welchen Wert hat X oder welche Zahl sitzt diese bescheuerte Reihe fort, sondern hier ist die Frage, welche Funktion erfüllt die Bedingung, dass ihre zweite Ableitung nach der Zeit gleich dem Negativen dieser Funktion ist. Hier, das ist einfach, das geht durch Hingucken. Die Nullfunktion, Sinus und Cosinus und alle Linearkombinationen davon. Aber ich will es ja nun nicht durch Hingucken lösen, ich will es mit einem Computer lösen. Und die Idee ist wirklich brillant. Ist nicht von mir, die ist von Lord Kelvin, 1876. Die Idee ist, ich tue mal so, als wüsste ich, was Y-Punkt-Punkt ist. Wenn ich einmal über Y-Punkt-Punkt integriere, bekomme ich Y-Punkt. Klar, wenn ich über eine zweite Ableitung integriere, bekomme ich eine erste Ableitung mit gedrehtem Vorzeichen. Wie gesagt, Technicality können wir ignorieren hier. Wenn ich nochmal über Y-Punkt integriere, kriege ich Y raus. Vorzeichen hat sich nochmal gedreht. Wenn ich jetzt noch einmal das Vorzeichen umdrehe mit einem Summierer, den ich hier nur als Vorzeichen-Inverter missbrauche, dann habe ich an der rechten Seite jetzt minus Y stehen. Das heißt, ausgehend von der Behauptung, ich wüsste, was Y-Punkt-Punkt ist, habe ich mir minus Y-Punkt plus Y und dann minus Y zusammengebastelt. Das ist aber genau die rechte Seite meiner Gleichung. Und die Gleichung sagt ja, dass die rechte und die linke Seite gleich sein sollen. Das heißt, ich kann jetzt eine Rückkopplungsschleife implementieren, indem ich nämlich diesen Ausgang, minus Y, mit dem Eingang verbinde. Denn jetzt habe ich ja meinen Y-Punkt-Punkt. Und das ist ja gerade minus Y. Voila. Das ist das Skelett eines Analogrechnerprogramms. So notiert man solche Programme auch. In der Praxis muss man noch ein bisschen was voraussetzen. Zum einen, ich habe das Omega ja unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich das nicht unter den Tisch fallen lasse, dann brauche ich hier für jedes Omega so ein kleines Koeffizientenpotentiometer. Und ich brauche natürlich einen Startwert. Wenn das zum Beispiel simuliert, wie jemand auf einer Schaukel schaukelt, für kleine Winkel und ohne Reibung, blablabla, also arg vereinfacht. Wenn das simuliert, wie jemand auf einer Schaukel schaukelt, habe ich ja auch mehrere Anfangsbedingungen. Anfangsbedingung 1, es sitzt jemand ruhig auf einer Schaukel und dann habe ich die Nullfunktion. Der schaukelt halt mich. Anfangsbedingung 2, ich sitze auf der Schaukel und habe die Schaukel ausgelenkt, indem ich mich mit den Füßen nach hinten gestemmt habe und lasse los. Das ist die eine Anfangsbedingung. Anfangsbedingung 3, ich sitze auf der Schaukel und jemand gibt mir einen Schubs. Das ist die dritte mögliche Anfangsbedingung. Das heißt, hier brauche ich diese Anfangsbedingungen, mit denen ich festlege, wo beginnt denn meine Simulationsrechnung eigentlich. Aber das ist auch schon alles. Das heißt, ich brauche nur die mathematische Gleichung und die kann ich nach einem ziemlich simplen Rezept in eine solche Rechenschaltung übertragen. Wenn ich das laufen lasse, und das wird niemals aufhören, mich zu faszinieren, obwohl ich natürlich verstehe, wie es geht. Trotzdem ist es cool, kriegt man wirklich sowas raus. Dass das genau eine Periode ist, liegt daran, dass ich den Analogrechner exakt nach der Zeitspanne, die er braucht, um eine Periodendauer zu produzieren, angehalten habe. Aber Sie sehen, keine Geometrie, kein rechtwinkliges Dreieck, kein Einheitskreis oder sowas, sondern einfach nur eine Differenzialgleichung mit der zugeordneten Rechenschaltung liefert mir einen wirklich wunderschönen und perfekten Sinus, wie aus dem Bilderbuch. Schauen wir uns ein bisschen komplexeres Beispiel an. Wie gesagt, es geht nur darum, dass Sie so eine Idee bekommen, wie es funktioniert. Sie müssen es nicht direkt selber machen können. Eine meiner Lieblingsgleichungen, meine absolute Lieblingsgleichungen, ist die Matthäusche Differenzialgleichung, aber das auch nur als Randbemerkung, ist die Van der Pol Gleichung. Die beschreibt einen amplitudenstabilisierten Oszillator, wie man ihn teilweise sogar in biologischen Systemen und die Neuronen, wenn die Feuern findet. Und auch hier ist das Vorgehen wieder dasselbe. Ich stelle meine Gleichung so um, dass meine höchste Ableitung isoliert auf der linken Seite steht. Und dann baue ich mir die einzelnen Bestandteile meiner rechten Seite zusammen, indem ich ausgehend von meinem Y-Punkt, Punkt, ich behaupte, ich wüsste das, erzeuge ich jetzt durch zweifache Integration erst mal ein Minus-Y-Punkt und ein Y. Und ich brauche hier ein Y-Quadrat. Das heißt, das Y hier verbinde ich mit beiden Eingängen eines Multiplizierers. Der liefert mir also ein Y-Quadrat. Aber ich brauche ja eigentlich ein Y-Quadrat minus 1. Das heißt, ich brauche einen Summierer. Und das muss ich ja eigentlich mit Y-Punkt multiplizieren. Das macht dieser Multiplizierer. Man beachtet, der Summierer dreht das Vorzeichen einmal um. Hier habe ich aber Minus-Y-Punkt genommen. Das heißt, hier gleichen sich die Vorzeichen schon mal aus. Das muss ich aber noch mit µ multiplizieren. Das heißt, den Ausgang des Multiplizierers stecke ich in so ein Koeffizientenglied. Also dazu muss ich eigentlich noch Y addieren und das Vorzeichen umdrehen. Und das ist natürlich trivial. Ich brauche einfach noch einen Summierer. Hier habe ich plus µ Y-Quadrat minus 1 mal Y-Punkt plus Y. Aber der Summierer dreht ja selber noch mal das Vorzeichen um. Das heißt, am Ausgang dieses Summierers habe ich jetzt die gesamte rechte Seite. Und voila, das ist wieder genau das, was ich beim Kelvinschen Rückführungsverfahren brauche, nämlich genau die linke Seite meiner Gleichung. Die Gleichung ist insofern eklig, als ich sie skalieren muss. Die Variablen, die in dieser Gleichung auftreten, sind in einem blöden Wertebereich, wenn man so möchte. Das heißt, in der Praxis sieht die Implementation ein bisschen unhandlicher aus. Man sieht, hier kam ein ganzer Schwung von zusätzlichen Potentiometern dazu, die vorher nicht drin waren. Die brauche ich aber wirklich nur, um die Variablen entsprechend zu skalieren, damit ich niemals aus meinem zulässigen Wertebereich rausfalle. Und was dann rauskommt, ist so ein Phasenraumplot. Und auch das ist wieder wie im Bilderbuch. Genau so verhält sich ein Van der Poel-Oszillator. Was, wie vorhin schon erwähnt, eklig ist, sind partielle Differenzialgleichungen. Die sind deswegen eklig, weil ich eben nur die Zeit als freie Variable habe. Wenn ich eine partielle Differenzialgleichung habe, habe ich aber Ableitungen nach mehr als einer freien Variable. Ich habe nicht nur Ableitungen nach der Zeit, sondern in dem Fall zweidimensionale Wärmeleitungsgleichungen auch noch nach x und y, wie man hier sieht. Und damit kann ein Analogrechner erst mal gar nichts anfangen. Das heißt, hier brauche ich einen Trick. Und der Trick ist eigentlich derselbe, wie man ihn in der numerischen Mathematik auch macht. Ich mache aus meinen Differenzialquotienten Differenzenquotienten. Das hat natürlich zur Folge, dass ich, je nachdem, wie groß meine Auflösung sein soll, wie gut sie sein soll, idiotisch viele Rechenelemente brauche. In der Praxis hatte man in den 50er, 60er Jahren in Bereichen, wo man viel mit partiellen Differenzialgleichungen zu tun hat, das vornehmlich zum Beispiel Luft- und Raumfahrttechnik, wenn es um Wärmeschutzschilde und Ähnliches geht, oder auch die chemische Industrie, Design von Destillations- oder Rektifizierkolonnen und Ähnlichem. Große Analogrechner damals hatten teilweise 600 bis 1000 Rechenelemente. Das war aber auch ein ganzer Saal voll mit Elektronik. Das heißt aber, mit 1000 Rechenelementen kann ich, Gott, vielleicht 500 oder 300 Stützstellen machen. Das ist keine so dolle Auflösung, muss man sagen. Das ist etwas, was massiv davon gewinnen wird, wenn wir in den nächsten Jahren hochintegrierte Analogrechner in den Händen halten werden. Und hier sieht man mal eine Rechenschaltung für so ein Wärmeleitungsproblem. Und eigentlich hätte man hier so ein Rechteck aus Integrieren und Summieren und Potentiometern erwartet. Dass das hier nur so ein Dreieck ist, liegt daran, dass ich hier für das Programm eine Symmetriebedingung entlang der Diagonalen ausgenutzt habe. Aber auch das ist hier egal. Es geht darum, der Aufwand steigt rapide. Sobald ich partielle Differenzialgleichung brauche oder habe, brauche ich sehr, sehr, sehr viel Rechenelemente. Gerade im Beispiel der Wärmeleitungsgleichung, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ich kann das sogar rein passiv machen. Wie wäre es mit einem Netzwerk aus Widerständen und Kondensatoren? Und weil mir das nie einer geglaubt hat, hatte ich mal vor mittlerweile zwei oder drei Jahren mich an einen langweiligen Samstag hingesetzt und genau so ein R aus Widerständen und Kondensatoren gelötet. Und das funktioniert wie ein Bilderbuch. Das löst natürlich die Wärmeleitungsgleichung. Und vor allem löst das die Wärmeleitungsgleichung irrsinnig energieeffizient. Wenn ich nämlich keine hohe Rechengeschwindigkeit brauche, kann ich hier ziemlich große Widerstände nehmen. Ich habe in diesem Fall 180k Widerstände genommen, einfach weil ich aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund 1.000 Stück davon rumfliegen hatte. Das heißt, das dauert ewig, also viele, viele 10 Sekunden, bis sich die Kondensatoren in Steady-State aufgeladen haben. Aber dafür braucht das natürlich so gut wie keine Energie. Auch solche Basteleien sind letztlich Analogrechner. Es sind sogenannte passive Analogrechner. Und wenn man sich dann die Mühe macht, was ich gemacht habe, die Spannungen, sobald das den Steady-State erreicht hat, an allen 64 Knotenpunkten auszulesen und mal mit GNU-Plot zu plotten, kommt sowas raus. Eine perfekte Lösung der Wärmeleitungsgleichung. So, wie sieht das heute aus? Klar, Patchpanel gehört ins Museum. Es ist cool, es macht Spaß, es ist großartig, vollkommen unpraktikabel. Das heißt, wir müssen vom Patchpanel wegkommen. Es gibt von sehr einfache, zu einfache, zumindest für High-Performance-Computing und ähnliches, es gibt sehr einfache Analogrechner und Chip, die nennen sich dann FPAAs, das ist genau das Board, das man auf der Folie gerade sieht. In der Mitte dieser kleinen Chip ist ein Field Programmable Analog Array. Das ist ein rekonfigurierbarer, sehr simpler Analogrechner, der vor allem für Audiosignalverarbeitung gedacht ist. Rechts daneben ist ein kleiner Mikrocontroller, dessen einzige Aufgabe eigentlich darin besteht, Konfigurationsdaten von einem Steuerrechner per USB entgegenzunehmen und die dann als Bitstrom in den Analogrechner hochzuladen. Das ist zu simpel für wirklich mathematische Aufgabenstellungen und meiner Meinung nach ist die Form des Interconnects, die hier gewählt worden ist, nicht schlau. Ich würde es anders machen und ich mache es auch anders, aber das steht auch auf einem anderen Blatt, das geht hierfür zu weit. 2005 hatte Glenn Edward Russell Cohen im Rahmen seiner Doktorarbeit einen Analogrechner und Chip entwickelt für die Lösung stochastischer Differenzialgleichungen. Das war das erste Mal, dass jemand demonstriert hat, wir kriegen eigentlich alles, was man braucht für einen Analogrechner auf einen integrierten Schaltkreis und voila, vor allem ohne dieses doofe Patchpanel. Das heißt, wir können die einzelnen Rechenelemente rekonfigurieren, indem wir sie mit Kreuzschienenverteilern miteinander verbinden. 2016 hat dann Ningo am gleichen Lehrstuhl von Professor Zividis in den USA ein Nachfolgeprojekt vorgestellt. Das war schon ein sehr, sehr, sehr viel besserer Analogrechner on Chip als der von Mr. Cohen. Aber auch da leider akademisches Projekt. Das heißt, da wurde außer einer Doktorarbeit, was ja schon beeindruckend genug ist, wurde leider kein kommerzielles Produkt draus. Diese Chips haben auch durchaus Nachteile. Die Bandbreite ist sehr begrenzt. Die Fehler, die die Rechenelemente mit sich bringen, die sind zum Teil beunruhigend hoch, muss man sagen. Das heißt, diese Chips sind noch relativ weit davon entfernt, kommerziell nutzbar zu sein. Wir selber, wir sind gute Freunde von mir und mittlerweile unsere Mitarbeiter. Wir arbeiten daran, einen Analogrechner on Chip zu entwickeln, der diese Nachteile nicht aufweist. Das Ziel ist, einen Analogrechner on Chip zu haben, der eine Bandbreite hat, die hoch genug ist, dass man typische Differenzialgleichungsprobleme in 0,1 bis 1 Mikrosekunde lösen kann. Das heißt, da wird das schon eine Herausforderung für den angeschlossenen Digitalrechner, schnell genug die Ergebnisse vom Analogrechner abzuholen und schnell genug Parameter zu liefern. Wer mal mit Device-Treibern unter Linux experimentiert hat, weiß, dass Interrupt-Latenzzeiten eher im Bereich von einigen Zehn bis einigen Hunderten Mikrosekunden mindestens liegen bei einem aktuellen Linux-System. Das heißt, es ist eine echte Herausforderung, einen Hybridrechner zu bauen, wenn der Analogrechner eben für diese Klassen von Problemen Größenordnungen schneller ist als der Digitalrechner. Das ist nicht die einzige Herausforderung. Die nächste Hürde ist, die ist natürlich lösbar, aber man muss es machen. Wir brauchen natürlich Software-Support dafür. Das heißt, man braucht erst mal eine Beschreibungssprache, so eine Art analoges VHDL, mit dem ich mein mathematisches Problem beschreibe und dann mit einem Compiler- bzw. Synthesizer einen Bitstrom generiere, der festlegt, wie werden die einzelnen Rechenelemente meines Analogrechners on-Chip miteinander vernetzt. Dann brauche ich Bibliotheken. Ich brauche numerische Bibliotheken. Ich muss gegebenenfalls, hatte ich vorhin ja erwähnt, eine Näherungslösung, die der Analogrechner in einer Mikrosekunde geliefert hat. Danach verfeinern, wenn ich eine höhere Genauigkeit brauche und, und, und. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Entwicklung von Hardware, sondern auch, und zwar ganz zentral, um die Entwicklung von entsprechender Software. Denn die Programmierung eines solchen Analogrechners fällt Informatikern unbeschreiblich schwer. Ich habe den Vorteil gehabt, ich habe sehr früh angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich hatte da zwar auch schon viel programmiert in dem Alter, aber ich war noch nicht vollkommen verdorben, was den algorithmischen Ansatz angeht. Es ist unglaublich schwer, wenn man Jahre oder Jahrzehnte seines Lebens algorithmisch gedacht hat, plötzlich einen Analogrechner zu implementieren, weil er so, zu programmieren, weil er so vollkommen anders ist. Eine häufige Frage, die ich zu hören bekomme, ist, und wie mache ich hier eine If-Abfrage oder eine Schleife? Und die Antwort ist ja halt gar nicht, weil es gibt keine Schleifen. Es gibt nur ein Kontinuum aus Werten und es gibt eine Struktur von Rechenelementen, die ich miteinander verschalte. Wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist die Programmierung eines Analogrechners wirklich sehr viel einfacher als die Programmierung eines Digitalrechners. Wohin wird die Reise gehen? In Richtung hochintegrierter Analogrechner auf einem Chip. Idealerweise mit mindestens mal Hunderten von Rechenelementen auf einem Chip und dann vielen Chips auf zum Beispiel einer PCI-E-Steckkarte, sodass ich mir wirklich eine Coprozessor-Karte in einen Server stecken kann, die für bestimmte Probleme in die Leistungsklasse eines Supercomputers kommt, aber halt so gut wie keine Energie braucht. Also nicht hunderte von Watt, die ich abführen muss, sondern ein paar Watt, die ich abführen muss. Der Weg dahin ist technologisch definitiv machbar. Also im Unterschied zu einem Quantencomputer, wo immer noch technisch sehr, sehr große Hürden zu bewältigen sind. Man denke nur an das zentrale Problem der Error-Correction bei physikalischen Qubits. Und da gibt es ja Schätzungen, dass man mindestens mal Hundert, teilweise vielleicht sogar Tausend physikalische Qubits für ein fehlerkorrigiertes logisches Qubit braucht. Da ist einfach noch sehr viel Grundlagenforschung zu machen. Bei Analogrechnen ist das zum Glück nicht nötig. Dadurch, dass Analogrechnen eine sehr, sehr lange und reichhaltige Geschichte haben. Wir haben irrsinnig viele etablierte Verfahren. Das heißt, für viele Probleme, die kommerziell und wissenschaftlich relevant sind, gibt es einfach schon fertige Ansätze für Analogrechnen. Die kann man einfach übernehmen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Und dazu kommt, wir haben keine Maschine, die man auf ein paar Millikelvin runterkühlen muss. Wir müssen nicht irrsinnige Abschirmungen gegen Störeinflüsse aus der Umgebung implementieren oder Ähnliches. Das heißt, das ist in Größenordnung einfacher als ein Quantencomputer. Und wir sollten in der Lage sein, in den nächsten paar wenigen Jahren, also definitiv zwischen drei und fünf Jahren, würde ich sagen, hochintegrierte Analogrechner on Chip zu sehen mit entsprechender Softwareunterstützung, damit ich die wirklich als Co-Prozessor verwenden kann. Damit bin ich am Ende angelangt. Sorry, 76 Minuten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. und interessiert und freue mich auf Fragen. Vielen herzlichen Dank. Also ich kann mich nur herzlich für den Vortrag bedanken. Ich fand es super interessant, super gut gemacht einfach. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch gerne wieder irgendwann einen Vortrag halten möchten. Ich würde mich sehr freuen,